Sprachnachrichten, das neue Medium. Okay. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Leben, leben, so viel mehr. Hey ho, hier also eine neue Sprachnachricht von dir. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Gelebtes Gebiet, eine neue Lebensart. Eine Bekannte, Anja, wollte, dass ich was Eigenes, Gespieltes schicke. Und das bringt mich auch schon auf das nächste Thema. Mein Konzertausrichter kam nachher zu mir, nachdem ich mein erstes Konzert vor großem Publikum 1994 in einer Großstadt gegeben hatte. Auf jeden Fall wollte er mich vermarkten und einen Tonträger herstellen. Irgendwie wollte ich das aber nicht und lehnte ab, obwohl ich 24 Jahre lang genau diesen Traum hatte, bekannt zu werden als Liedermacher, als Bühnenmensch. Genau bei diesem Konzert war auch meine damalige noch nicht Frau. Sie sagte anderen und mir später, hätte man dich früher gefördert, wärst du heute ein studierter Musiker, ein Musiktherapeut. Bis heute fühle ich mich sehr behütet, nicht in das Musikgeschäft eingestiegen zu sein. Warum? Nun, ich könnte jetzt stundenlang von meiner Kindheit berichten, von meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, meine Frau und ihre Verwandten. Ich könnte berichten von meinen Kindern und ihren Freunden und vielen anderen Beziehungsfeldern, die mich natürlich sehr berühren. Das könnte ich als Grund angeben, aber das wäre natürlich nur eine eingeschränkte Logik. Nein, es geht zuerst um was anderes, was mich extrem glücklich macht und gleichzeitig tief traurig macht, ist, wenn meine Mitmenschen leiden. Da habe ich bisher keine Macht zu helfen. Ihr Schmerz und meine Unfähigkeit, ihnen zu helfen, macht mich voller trauriger Mitleiden. Und das andere, es ist bei mir so, dass ich bejahend einverstanden bin mit dem, wie ich innerlich und äußerlich bin. Vom Leben geliebt mit jedem Sonnenstrahl, von mir selbst geliebt, alle Menschen gerne liebend, meine Freundin Sophie wird jetzt wieder die Augen verdrehen, und innerlich wissend, dass ich das alles noch besser machen werden kann. Meine Vergangenheit ist nicht zu betrauern, meine Gegenwart ist aufmerksam entgegengenommen, meine Zukunft ist nicht von mir selbst denkbar. Und ich bin froh, dass ich sozusagen einem kleinen Publikum bekannt und eben kam noch eine WhatsApp von Helga, die mir schreibt, dass ihr meine Lieder gefallen haben, als sie das letzte Mal hier war. Also schließe ich mal mit ein wenig Gezupfen ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017